Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von SimCity Build It. Ich habe jetzt inzwischen 32.000 Simoleons. Es ist immer noch zu wenig, um die Pumpstation bauen zu können. Die kostet 45.000. Und sobald wir Level 12 erreichen, kommt auch noch die Polizei hinzu. Und dieses hier will ich bauen. 36.000 brauche ich dafür. Das heißt, ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen Geld sammeln. Nein, danke. Ich habe auch inzwischen den Hafen freigeschaltet. Ich habe den für 10.000 Simoleons gekauft. Und als nächstes kommt ein Schiff, was Samen braucht, Gemüse und Hämmer. Ich habe schon einige Hämmer hergestellt, die ich dann auch verkaufen werde. Aber um jetzt an diese 4.000 zu kommen, muss ich erstmal ein paar Häuser bauen oder verbessern. Und schon habe ich einen Levelaufstieg. Und schon habe ich nicht genug Geld. Service-Kategorie freigeschaltet Polizei. Kleine Polizeiwache. Einfache Polizeiwache. Und Polizeirevier. Das Polizeirevier werde ich auch gleich bauen. Und ich habe eine weitere Fabrik verfügbar. Cool. Baue ich mal gleich. Stelle ich ein bisschen Stahl her. Und da kann ich auch noch was machen. Und mir fehlt trotzdem Geld. Ich werde auch kein weiteres Haus bauen. Das zeige ich euch jetzt mal. In dem Strom. Die Nachfrage ist 47. Und Kapazität 48. Oh, wobei. Warte. Ich warte erstmal, bis dieses Haus da fertig ist, ja? Ich glaube, das wird dann gezeigt. So, Strom. 48 von 48. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein Haus baue, habe ich zu wenig Strom. Also verbeiße ich das einfach mal. Und dann... Polizei. Die Kriminellen kennen zur Zeit keine Grenzen. Bauen sie Polizeistationen, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Das habe ich auch vor. Oh, oh. Das reicht nicht. Dann muss ich das anders machen. Muss ich das hier hin verschieben. Das Haus hier auch hin. Nee, hier hin. Und dann muss ich die Straße doch eins weiter nach vorne verschieben. So. Muss ich das hier löschen. So, das reicht. Und jetzt kann ich die Polizeistadt hinzubauen. Ja, das sieht... Das sieht gut aus. So. Hallo, Bürgermeister. Gerade sind sie gerade knapp bei Kasse? Bauen oder verbessern sie Wohngebäude, um mehr Simulien zu verdienen? Steuern einsammeln, Produkte verkaufen. Ja, super. Oh man, jetzt sind die noch unglücklicher. 50 Prozent. Und jetzt habe ich überhaupt kein Geld mehr. Das ist ein Problem. Ich mag unser neues Polizeirevier. Okay. Ich werde irgendwie versuchen, ganz viel Geld zusammen zu kratzen, ja? Und ich habe das hier entdeckt. Für 172 Simcash. Ich habe 176. Und ich würde mal sagen, kauf mir das mal. Dann können wir das hier gleich erweitern. Da ein paar Straßen hinbauen. So. Hier noch eine Straße hin. Und jetzt verschiebe ich das hier hin. Oder? So hin, so. Genau. Das verschiebe ich hier hin. Jetzt wird das genauso abgedeckt. Dann kann ich ein Gebäude von hier nehmen. Und das da in die Lücke reinmachen. Ops, das war nicht so geplant. Und das da. Licht dahin verschieben. Und diese beiden Gebäude auch noch. Eins. Oh, das passt dann nicht mehr. Dann lasse ich das erstmal da. Aber okay, wir haben erstmal die Stadt ein bisschen vergrößert. Und dafür reicht es nicht. Ganz knapp nicht. Okay, ich sammle dann noch ein bisschen Geld. Wir sehen uns dann gleich nach einem kleinen Cut. Ähm. Was möchten die hier? Ja, okay. Dann, bis gleich. Okay, viel mehr Geld habe ich jetzt nicht. Aber dafür habe ich mehr Ressourcen. Kann das hier mal machen. Ähm. Das hier kann ich auch mal machen. Hoppla. So. Das hier auch. Das hier auch noch. Ja, und schon habe ich so die tausend etwa beisammen. Einiges an Stahl noch. Das neue Gebäude sieht einfach toll aus. Wohlhabende Sims bauen gerne schöne Häuser in einer Stadt mit starker Infrastruktur. Je besser die Versorgung, umso schöner werden die neuen Gebäude. Ähm. Ja, was soll ich da machen? Hä? Okay. Grundstückpreise. Oh, luxuriöse Häuser sind orange. Davor hatte ich noch keine luxuriösen Häuser. Nur so eine Standard-Häuser oder Premium-Häuser. Jetzt bekomme ich auf einmal so viel Stahl. Ich kann das gar nicht gebrauchen. Eigentlich habe ich jetzt auch schon genug Geld für ein weiteres Kohlekraftwerk. Das heißt, ähm, so, dann kann ich noch weitere Häuser jetzt bauen. Wasser fehlt so oder so. Und? Ah, Gemüse fehlt. Da fehlt Gemüse. Frachtschiffanlegeplatz. Bürgermeister, wir sind bereit, Objekte mit Frachtschiffen zu exportieren. Sollen wir beginnen? Schließen Sie Frachtschifflieferung ab, 0 von 3. Sammeln Sie goldene Schlüssel, 0 von 4. Geben Sie goldene Schlüssel aus, 0 von 2. Wie kann man goldene Schlüssel ausgeben? Mit Landschaft vielleicht? Ah ja, hier. Einen goldenen Schlüssel. Das nicht, das nicht. Oh, die sieht cool aus. Universitätsbrücke. 20.000 Bewohner. Ich habe ja schon geplant, hier so einen kleinen Fluss durchzubauen, aber dazu braucht man halt 40 Simcash und das habe ich halt schon anderweitig ausgegeben. Okay, ich glaube, das war es jetzt auch mit der Folge. Das geht ja gerade überhaupt nicht mehr weiter, wie eigentlich am Ende von jeder Folge. Zu wenig Geld, zu wenig Ressourcen. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Ja, das Frachtschiff liegt auch bald an, ich muss dafür noch sammeln, dann bekomme ich mehr Geld. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Outro 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 Outro